Verstörende Anblicke und Dunkelheit erhöhen deine Angst. Lasse sie nicht zu hoch ansteigen. What the fuck, was war das? Amnesia Rebirth Ansonsten hoffe ich doch, dass ich euch mit meiner überzeugenden Art überzeugen kann, dieses Video hier zu schauen. Genau, bevor ich noch mehr Ams raushaue, starten wir auch schon das Spiel. Es ist ein Moment, wenn du das Gefühl hast, was die Angst aus dir gemacht hat. Inhiding, curled in on yourself, unable to show the world your face. Acting on instinct, lashing out. Even at those closest to you. Time has passed, and time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but... So has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside. And there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day, you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. What was that? Nothing. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. It's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard, though. Your head tells you one thing, but your heart disagrees. We can't. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marker. Oh. I had no idea you brought her. I didn't want him to be lonely. I know my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex! Yasmin, get up here! Hello. Hello. This is the soldier. I don't know how to use. Can anyone read me? Wait there. Wait there. This is the soldier. You, 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 ring. Hey, hold on. Boom! Don't die! Come on. Gehen wir mit dir, Baby! Geh nicht! Geh nicht! Nein! Komm schon! Ich bin Tessie. Ich bin Tessie. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Also, kleines Tutorial am Anfang. Den Maus kann ich auch schon ein klein wenig bewegen. Wahrscheinlich das Medikament sollen wir nehmen, oder? Ich habe, Lordman. Es wird helfen, aber Sie müssen versuchen, sich calm zu halten, oder es wird schlimmer sein. Sie können nicht Angst haben. Sie können nicht Angst haben. Sie verstehen, Tessie? Komm schon, danach geht es uns sicher besser. Wo sind die ganzen anderen Menschen? Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir noch in der Luft sind. Ja, wo sind alle? Wo ist Salim? Äh, Skizzenbuch, Hinweis, Text, an oder aus? Darf nicht vergessen, sie wird sterben. Finde Salim. Okay. Ah, das sind Aufgaben. Also. Meine Handwarte. Ich erinnere mich nicht. Also. Wahrscheinlich müssen wir unseren Mann, unseren Freund... Doktor. Das... Das ist der Doktor. Ich bin hier. Ich bin hier. Was haben wir hier? Also. Okay, drücke T... Äh, drücke und halte T... Can anyone hear me? This is Dr. Medzian. Mrs. Britta. Salim. Is anyone here? Oh. Hello. This is Tessie. Hallo. Who is this? Please respond. Verdammt. Das funktioniert nicht richtig. We have found help. I am here with Yasmin. Answer, please. Kann ich da? Salim. Eva. Can anyone hear me? Das bringt da nix. Cassandra. Is it done with you? Broken. Please. There was a handle, I think. Guck mal, hier haben wir den Griff. Drücke Tab. Okay. So. Ah, schön. Oh, was haben wir denn da am Handgelenk? Ah, ich hoffe halt wirklich nicht, dass wir den ersten Teil spielen mussten. Hammer. Richtig geil. Guck mal, wie das hier aussieht. Aber wo sind die ganzen Leute hin? Hilfe! Für Gott sei Dank, helf mich! Ja, wo sind die nur? Wo ist Sunyam? Okay. Als erstes müssen wir mal gucken. Okay, wir erinnern uns anscheinend bruchstückhaft immer an das Passierte. Aber... Vielleicht wäre es noch gut, wenn wir irgendwie... Ich meine, wir sind hier in der Wüste. Guck mal, hier haben wir noch irgendwelche Werkzeuge. Ähm, dich direkt im Sonnenlicht aussetzen ist keine gute Idee. Bleib... Ah, okay. Oh, wir können aber auch mit allem hier interagieren, hä? Ja, richtig cool. Gehen wir weg. So. Was haben wir hier? Wasser wäre vielleicht auch mal nicht so eine schlechte Idee, ne? In meinem Koffer. Leere Seite. Bandagen. Quickly. Was? In meinem Koffer? Linke Seite. Bandagen. Schnell. Während du ein Objekt hältst? Kannst du es, äh, ja, mit dem Mausrad zu einem hin und zu einem wieder wegbewegen? Nein, Mitchell! Ich gucke jetzt noch mal im Flugzeug, ob ich hier noch irgendwas... Was haben wir hier? Das ist die Flugroute, ne? Okay, okay, okay. Das bringt uns aber noch nicht sehr viel. Gucken wir mal, ob wir im Flugzeug noch irgendwas mitnehmen können. Was haben wir hier? Boah, ich muss mich an die Steuerung erstmal, Leute. Muss mich erstmal dran gewöhnen. Ja, ja, okay, komm, wir gehen wirklich raus. Wenn die schon sagt, wir sollen hier raus, dann gehen wir raus. Haben wir... Ich weiß aber auch jetzt nicht... Na gut, dann lass uns mal loslaufen. Eben, direktes Sonnenlicht sollen wir möglichst vermeiden. Ist halt heiß hier in der Wüste. Find ein properer Schutz, oder... Also, wir brauchen einen brauchbaren Unterschlupf. Ich überlege jetzt gerade, ob hier irgendwo was vorgegeben ist, wo wir langlaufen sollen. Aber ich laufe jetzt einfach mal los, ne? Schade, hier ist nix. Naja, nee, geht nicht. Was ist denn das für ein Geräusch, was ich hier höre? Irgendso ein Klappern. Der Salim hat noch in unseren Erinnerungen irgendwas gesagt, von wegen Bauchtasche und, ähm... Hier sind auch schon irgendwelche Gräber. Am besten folgen wir doch mal wirklich dieser Spur hier. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Wie gesagt, der Salim hat noch was gesagt, von wegen... Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie zu schützen. Ich weiß. Es ist Salim. Er ist verletzt. Du weißt, was er ist. Lass uns ihn da unten drüber, dann können wir uns auf ihn sitzen, während der Klapp einen Blick nimmt. Nichts Worry, die Kälte sind nicht weit. Wir gucken mal im Koffer. Vielleicht haben wir Glück. Guck mal, was haben wir hier? Manchmal stehen die Sachen so schnell da, ich kann das überhaupt gar nicht. Was haben wir hier? Yo, ich weiß halt... Kann ich das auch irgendwie... Nee. Damit kann ich nix anfangen, oder? Okay, wir gehen mal weiter. Drücke und halte Shift, während du dich bewegst, um zu laufen. Also einfach sprinten, ne? Machen wir schon. Was haben wir hier noch? Das kennen wir alles schon. Salim! Salim, sind Sie da? Wir gehen rechts rum, hm? Nee, Quatsch. Mal hier oben drauf, vielleicht haben wir da eine bessere Aussicht. Oh, okay. Kann jeder mich hören? Hank! Doktor! Wo sind die ganzen Leute hin? Wir haben zwar immer mal wieder so... kurze Flashbacks von Erinnerungen, aber das... das hilft uns auch noch nicht wirklich weiter. Uns bleibt wohl nix anderes übrig, als hier wirklich die Gegend mal ein wenig zu erkunden. Oh, okay. Oh, da haben wir was. Eine Höhle. Oh, danke Gott. Mal, was haben wir hier? Aber es ist gut, nicht wahr? Die Leute haben hier gearbeitet. Also, wir werden schockt. Oder schockt. Inzüglich zu sterben, ich gehe hier. Leon. Was? Ich kann nicht deine Hypen abgeben. Wir sind in der Scheiße. Also, waren wir schon mal hier gewesen. Wir sind an einem Ort abgestürzt, anscheinend. Es kommt mir wirklich so vor, wo wir schon mal waren. Und jetzt haben wir so nach und nach wieder so Flashbacks von diesem Ort. Vielleicht war das auch so ein Stück weit eine Bestimmung, dass wir wieder hierher kommen sollten. Zeig mal her, ob wir hier noch was im Koffer haben. Oh, guck mal, hier ist was. Ja, jetzt ist halt diese Frage, wie wir das mit dem Vorlesen machen. Wenn der natürlich im Hintergrund die ganze Zeit das Englische vorliest, kann ich kaum. Warte mal. Alle Nutzen, die du findest, werden in deinem Tagebuch aufbewahrt. Du kannst sie mit N ansehen. Zeig mal her. Ah, hier steht es nochmal. Liebe Susan, liebst der Elphi. Die Geschichten werden diesem Ort nicht gerecht. Er ist atemberaubend. Nichts ist geschäftiger als der Markt in Algier. Die Düfte. Was? Die Düfte. Die Geschmäcker. Ah, die Düfte. Die Geschmäcker. Die Farben. Oh, der Lärm. Möglicherweise habe ich euch beide eine Kleinigkeit besorgt. Man weiß ja nie. Mit allem, meine liebe Papa. Flugplan. Okay, der hebt das Zeug anscheinend auf. Aufgaben. Ist klar. Wir müssen Salim finden. Inventar ist noch leer. Und jetzt haben wir hier nochmal so ein bisschen Erinnerung von den ganzen Sachen, wo wir bis jetzt erlebt haben. Das ist anscheinend noch nicht freigeschaltet. Gut. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal in die Höhle rein, ne? Okay, ich hoffe, wir kriegen auch noch irgendeinen Flashlight oder so. Es ist okay, ich kann es gestalten. Komm schon, wir sind jetzt nicht weit. Also wir waren doch hundert Pro schon mal hier. Hallo, ist jemand da? Salim! Also das ist tatsächlich hier gewesen. Anscheinend lag hier mal unser guter Freund, der Salim. Musste irgendwie verarztet werden. Schwer verwundet. Guck mal, hier haben wir noch ein... Ja, genau das können wir natürlich nicht aufmachen. Guck mal, jetzt haben wir noch ein Bild hier. Das ist uns. Salim und ich haben das hier gebracht. Okay. Was ist das? Ich... Ich hatte etwas zu sagen, etwas zu sagen, etwas Poetisch, aber... Du musst nichts sagen. Ich weiß, es ist... Ich habe nie gedacht, dass das passieren würde. Niemals. Du und ich, ich hätte nie gedacht. Salim. Es gibt niemanden, den ich lieber meine Zeit mit spenden würde. Wirklich? Wirklich? Hör auf, ich bin in Liebe mit dir, du Idiot. Du bist mein Herz, Desi Triana. Ich sagte, keine Poetisch. Also wirklich hart verliebt. Können wir den mitnehmen vielleicht? Nee. Können wir nichts machen damit, ne? Das sind auch wirklich die Medikamente, die wir brauchen. Also jetzt ist zu 100% klar, dass wir schon mal hier waren. Was haben wir hier gefunden? Irgendeine Karte noch. Und was haben wir hier noch? Irgendeine Checkliste. Aha, okay, das sind Expeditionsmitglieder wahrscheinlich. Führer, Führer, Pilot, Ingenieur. Das sind alles Expeditionsmitglieder. Wo haben sie alle gehen? Was haben wir hier noch? Tragbares Funkgerät. Da haben sie eine Checkliste einfach nochmal. Okay. Was haben wir hier? Streichhölzer. Und hier? Eine leere Flasche. Tessie, Tessie. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das handhaben soll. Vor Ort kommt sie bestimmt zurecht. Das ist keine besonders schwierige Reise. Und wir hatten schon viel Schlimmere. Aber sie ist jetzt im letzten Jahr durch die Hölle gegangen. Dieser Anruf aus Paris. Sie klang so gebrochen. Am besten passe ich wohl einfach auf sie auf und versuche sie abzulenken. Ich werde Malik und Rachel bitten, dasselbe zu tun. Salim ist auch hier. Das hilft bestimmt. Ich hoffe... Nein, wir wollen weiterlesen. Ich hoffe... Wirklich, dass ihr diese Reise gut tut. Wo gehen wir lang? Wir gehen nach rechts. Komm. Ich bin Salim Hanachi. Ich bin Salim Hanachi. mit der Crew der Kassandra in March 3, 1937. Ich und andere waren injurte. Wir stayed, während der Rest der Crew der Kruhe gehen. Mein Kumpen sind jetzt sterben. Und die Radio ist gebrochen. Ich kann nicht nur warten. Es ist eine Art von Kreatur hier. Ich muss nach die Crew gehen. Ich muss nach der Crew, als best ich kann. Sie folgen die Reise durch die Mountain. Ich werde nicht verletzten. Tazi, Tazi, wenn ich dich nicht find, und von irgendwelchen Chance das liest, weißt du, dass du mein Herz lernst. Also, ähm, die Nachricht hier ist vom Salim, der ist anscheinend tatsächlich schon aufgebrochen, ich versteh halt nur nicht, warum ohne diese Flashbacks anscheinend sind wir danach ja dann vielleicht wieder ins Flugzeug gegangen. Also anscheinend ist, ähm, er redet von irgendeiner Kreatur, die es hier geben soll, und er musste der Crew folgen, und er hat uns Spuren hinterlassen. Ich versuche es. Was haben wir hier? Können wir das auch irgendwie aufmachen? Ne. Oh, guck mal, wie das Streichholz richtig runter geht. Tschüss. Mit Streichholz kannst du dunkle Bereiche erhellen, oder mit Fackeln und anderen Lichtquellen interagieren, um diese zu entzünden. Ich hör doch irgendwas. Ja, aber wieso soll ich denn hier alles anmachen? Ich spare mir doch lieber die Streichhäle. Oh, Leute, wir gehen da runter. Was? Wo ist eine Notiz? Wo, wo ist eine Notiz? Ich bin nicht sicher, dass das die beste Idee ist. Oh Gott, das ist einfach mal... Ach, du Scheiße. Wenn du dich zu viel bewegst, während du ein Streichholz hältst, geht das aus. Eine Fackel wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Oh, Scheiße, was ist denn hier unten? Als ob jetzt... Ohne Lichtquelle im Dunkeln zu sein, erhöht deine Angst. Oh Mann, wir haben nicht mehr viele Streichhölzer, oder? Fackel! Yes! Können wir die nehmen? Och, nimm die doch mit! Nimm die doch mit! Wie so kompliziert, wenn man es einfach haben kann. So, wie so einfach, wenn man es kompliziert haben kann, sagen wir es so. Er war verletzt. Er kann nicht weit weggehen. Guck mal, hier haben wir anscheinend wirklich so irgendeine Notiz. Sie schläft jetzt. Vielleicht träumt, schrönt, schrönt und schrönt, schrönt. Sie schrönt, 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 und ich kann es noch nicht glauben. Wie kann ich es verdienen? Okay, er redet hier einfach um seine, um, ähm, die kleine Tochter wahrscheinlich. Aber hat er damit die, ähm, wir haben nur noch einen Streichholz, na toll. Hat er damit die, ähm, Notizen gemeint, die er uns hinterlässt? Vielleicht ausgerissen aus irgendeinem Tagebuch? Ach du Scheiße. Eine Lampe wäre echt gut, ja. Also wir müssen, ich, ich merke jetzt schon, wir müssen halt richtig gucken, dass wir, was ist das denn? Heilige Mutter, höre, höre mein Flehen. Wir müssen halt echt, warte mal, kann man das vielleicht auch irgendwie, yes, kaputt machen. Äh, sparsam mit den Streichholzern umgehen. Eine Taschenlampe, eine Fackel, irgend sowas wäre jetzt richtig gut. Was war das? Scheiße. Oh mein Gott, ey, ist einfach stoppfinster, wenn die Streichholz ausgehen. Ja, die halten ja nicht lang. Was soll ich denn machen, wenn ich keine mehr habe? Hauptsache, ich zünde hier zwei Fackeln an und da ist da eine Sackgasse. Aber das ist gut, weil ich ja anscheinend Angst im Dunkeln bekomme. Guck mal, da hinten ist irgendwas. Hier ist anscheinend wirklich irgendwas. Eine Liede kam von Hang Mitchell. Er offert ihr Arbeit. Eine Reise nach dem Franzischen Sudan. Ich versuche, dass sie es nehmen wird. Es ist, was sie braucht, was wir beide brauchen. Um zu entfernen von diesen Erinnerungen. Und zurück in die Welt. Also an der Stelle, wenn er halt wirklich vorliest, müsst ihr halt sonst kurz das Spiel pausieren und... Und ähm... Vielleicht selber kurz lesen. Aber das bringt nichts, wenn ich hier mit dem Zusammenleser... Ey, man muss sich aber auch sogar schon so ein bisschen beeilen, ne, wenn man nicht genug Streichholzer hat. Ey, hier ist irgendeine Kreatur. Ist hier unten... Uh! Komm mal, Mann, Mann! Scheiße, was brauchen wir denn? Letzter Streichholz. Was ist falsch mit mir? Oh! Verstörende Anblicke und Dunkelheit erhöhen deine Angst. Lasse sie nicht zu hoch ansteigen. Oh! What the fuck, was war das? Oh! Okay. What the hell is wrong with me? Hey, Leute, wenn ihr Bock habt und, äh, den ersten Teil von Amnesia gesehen habt... Könnt ihr mich hier mal ein bisschen aufklären, weil das irgendwie Story relevant ist? Jo, okay, das war auf jeden Fall eine einschlaggebende, ähm, Vision gewesen. Äh, ich werde an der Stelle jetzt den Part beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Äh, morgen wird wahrscheinlich der nächste Teil rauskommen. Ich werde jetzt den Anschluss von dem nächsten Teil aufnehmen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Abend. Bewertet das Video ruhig positiv und haut rein. Haltet die Ohren steif. Euer Nia und ciao. Euer Nia und ciao.